Hey, hey Leute! Willkommen zurück zu Let's Flash! Heute mit dem Spiel Tetris Returns! Der Klassiker, ne? Ach du Scheiße, äh, 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 so? Wie dreht man? Ah, Hilfe! So, achso, okay. Äh, einfach mal runter damit. Hh, hm, 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 hm... Äh... Äh...? So...? So vielleicht. Gah gr Diet' Äh, äh? Sempre- So...! Vielleicht... Oh, Combo. Good. Yay, boys that sound creepy. Ah, good. About before that. So, okay. Was ich sagen wollte, ich habe mir jetzt mal ein Modpack für Minecraft Singleplayer geholt, was ich eigentlich so weit noch nicht groß geguckt habe, was da alles so drin ist, aber auf den ersten Blick scheint es mir schon mal zu gefallen. Und ich denke mal, dass ich es auch benutzen werde, weil es ist relativ unkompliziert. Der dreht sich nicht. Ähm, jedenfalls ist das Feed the Beast... Äh, was hieß das so? Ich glaube. Äh, Feed the Beast Modpack mit Railcraft, Industrialcraft und so weiter und... Äh, dreh dich. Er will sich nicht drehen! Ah, toll. Penner. Einfach mal random hin! Äh, 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 hier so, okay. Pam. Äh, du. So. 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 Du dann wieder sooo... Ja. Oh Gott, ey, sind... Ähh. Oh Gott, ich habe den Bogen raus! Äh, 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 äh. Nachdenken! Nein! Nicht nachdenken! Ach du Scheiße. Äh, äh. Na gut. Blup. Ähm. Und dann mit dir. Du kommst, du kommst, äh, äh, dahin. Was machen wir denn? Ach, einfach mal drauf. Du drehst dich dann mal... Oh, verkackt. Äh. Hallo, ich brauch mal so ein komisches Linksteil. Ähm. Ähm. Okay. Unter diesen Bedingungen kann ich einfach nicht mehr arbeiten. Äh. Lol, wie viele kommt denn denn noch? Ja, sicher. Äh, äh, äh. Ja, jetzt kommt der, ne? Jetzt kommt er. Sicher. Na gut. Ähm. Hallo. Äh. Kann man hier auch raus? Hier, nochmal neu. Äh. So. So. Club. Äh. Boah. Ich hasse das Geräusch. Ich hasse das Geräusch. So. Club. Ähm. Okay. Wieder runter. Du kommst jetzt mal da. Ach, verdammt. Hö. Hö. Äh. 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 So vielleicht. So. Und du gehst dann. Äh. Da mal hin. Da mal hin. Kann sein, dass ich gerade totale Scheiße baue, aber... ne? Kennt man ja. Nicht anders von mir. Plup. Äh. Runter damit. Boah ey. Ich brauch das Geräusch richtig leise nachher, damit es nicht so nervig ist. So. Und. Pam. Ähm. Du kommst mal da runter. Du kommst da rein. Du kommst, äh. Da rein. Du kommst, äh. Du, ähm. Da rauf. Du kommst. Äh. 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 Ist verkackt. Äh. So. Ah. ... ... ... ... ... ... ... ... Huch, ach so. Cool. Das, äh, war geplant. Äh. ... ... ... ... ... ... Du gehst dann hier rein und du, äh, da rein und, äh, so. Na gut, aber eigentlich kennt ja jeder Tetris, ne? Wer nicht, der soll, bitteschön, äh, einmal mal sterben gehen. Der hat das Leben nämlich nicht verdient. Nein. Mein Gott, hier kommt nur noch Scheiße. Verkackt. Oder, 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 oder? Vielleicht ja nicht mal. Du gehst mal da rein, du gehst mal... Ah, nein. Ach, nein, nein. Okay, verkackt. Okay, wir sehen uns beim nächsten Let's Flash wieder. Bis dahin. Tschüss.